Okay, es kommt kein Intro oder so, glaubbar ja, weil wir hatten es halt schon so. Okay, Leute, willkommen zurück zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Und alter, warum ist die Musik so laut? Und zwar spielen wir, ich hab doch schon alles leiser, so 20%. Ähm, wir spielen den zweiten Teil von The Book of Unwritten Tales. Wir haben den ersten Teil ja schon zusammen gespielt. Mit unseren Freunden Wilbur, Ivo, Nate und dem Vieh. Echt, der vergessene Muppet. Ähm, genau, die ja im letzten Abenteuer zusammen ein Relikt in Sicherheit gebracht haben, damit die dunkle Seite es nicht, äh, in die Hände bekommt. Und, ja, weil wir jetzt gerade Edna durchgespielt haben, bin ich gerade noch so ein bisschen mit dem Adventure-Modus und gedacht, ich komm, wir hängen jetzt den zweiten Teil mit rein. Okay, ich freue mich schon, weil ich fand den ersten echt witzig auch mit den ganzen Anspülungen auf irgendwelche Filme und sowas. Okay, dann würde ich sagen, neues Spiel. Das ist doch Nate, oder? Der das vorliest. Und dennoch, niemand konnte einen Vorteil erlangen. Es war zu dieser Zeit tiefster Verzweiflung, als ein alter Archäologe den Aufbewahrungsort des Artefakts des Schicksals entdeckte. Das Artefakt, das jeden Wunsch erfüllen und damit auch den Krieg entscheiden konnte. Für die eine oder die andere Seite. Die Schatten, angeführt vom Hexenmeister Munkus, Sohn der Erzhexe Mordroga, machten Jagd auf das Artefakt. Und sie hätten es als erste erreicht, wäre da nicht eine Gruppe Helden gewesen, die sich ihnen entgegenstellte. Wilbur, der junge Gnom, der als erster seiner Sippe zum Magier wurde. Ivo, die mutige Elfenprinzessin aus dem Waldlandreich. Und das Vieh, ein haariges Wesen aus den Nordlanden, Begleiter des strahlendsten der Helden. Er, Nate Bonnet. Ja, da ist der Nate. Der eigentlich den Rest seines Lebens an der Seite der Elfenprinzessin hätte verbringen sollen. Er, der alle Schätze der Welt und sein eigenes Königreich verdient hätte. Er, der aufhören sollte, über sich selbst in der dritten Person zu sprechen und Zeit zu verschwenden. Fällt gerade irgendwo runter. Was machst du da, Nate? Achso, ich bin schon dran. Die Grafik ist komplett anders als im ersten Teil. Gut, ach gut, gut. Das ist gut. Ja, jetzt kommt es mit Felsen unten an. Allerdings kommt der Boden immer noch näher. Ja, nach oben klärt, dann bringt nichts. Das geht immer noch abwärts. Achso, da oben ist ein... Was zum Fick ist das? Ja, funktioniert irgendwie nicht, ne? Physik ist schon eine geile Sache. Nate, was machst du da überhaupt? Ein Teil des Stegs. Er hat die Explosion halbwegs überstanden. Achso, irgendwas ist in die Luft geflogen, offenbar. Wahrscheinlich sein Schiff, wenn er hier schon so hängt. Wenn ich Glück habe, reicht es bis hin auch zur Insel. Was ich allerdings bezweifle. Oder eine Insel? Wo bist du, Nate? M9. Das hat nicht so weit raufgeholfen. Okay, er macht's. Oh, eine Wunderlampe. Natürlich eine Wunderlampe. Aber was auch sonst? Ich habe noch keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Taschchen. Oh, hallo, Nate. Wie geht's? Noch geht's. Kann es sein, dass dein Zauber nicht ganz so funktioniert hat, wie geplant? Ich habe dir gesagt, dass es da gewisse Risiken gibt. Gewisse Risiken? Naja, nicht so schlimm. Fast nichts passiert. Hey, ich könnte hier ein wenig Hilfe gebrauchen, Benny. Naja, du siehst ja, was letztes Mal passiert ist, als ich gezaubert habe. Zeit ist wieder gut zu machen. Na los. Ach, ich weiß nicht. Am Ende mache ich alles nur noch schlimmer. Noch schlimmer halt die Zeit und ja, die Schwerkraft und Zauberer, verdammt. Entschuldige, störe mich, komme allein zurecht. Ich stürze zusammen mit tonnenschweren Felsbrocken einem äußerst schmerzhaften Ende entgegen. Also, wie solltest du die Situation noch verschlimmern können? Ich könnte die Luft brennen lassen oder es könnte hier ganz, ganz doll stinken. Oh ja, das ist ja so viel schlimmer. Kannst du nicht die Zeit anhalten oder Flügel? Verpass mir Flügel! Wie wär's damit? Das ist alles fürchterlich kompliziert. Ich fühle mich heute wirklich nicht danach, Nate. Benny? Vielleicht morgen? Ich muss den heutigen Tag erst mal verarbeiten. Du holst mich auf der Stelle aus dem Schlamassel, in den du uns gebracht hast, oder... Du sollst nicht mit mir schimpfen. Ich hab's dir gesagt. Oh Gott. Fällt mir auf. Letztes Mal waren wir auf einem Drachen auch. wird er tatsächlich keine Wunder vollbringen können. Ich muss irgendwas Leichtes finden, das sogar er sich zutraut. Fliegt da einfach hoch. Letztes Mal sind wir ja auf einem Drachen geflogen am Anfang, um festzustellen, wie hier alles funktioniert. Nimm den Teppich. Ach so, fliegender Teppich. Wenn wir einen Genie haben, dann brauchen wir noch einen fliegenden Teppich. Ist das zu viel verlangt? Ich rede nicht mit dir. Oh Gott. Du... Tut mir leid, dass ich deine Arbeit kritisiert habe, Benny. Und? Und? Und... dass ich deine Lampe geschüttelt habe und... alles. Du... Du hast es nur gut gemeint. Also schön. Wie kann ich dir helfen? Teppich. Hm. Ein fliegender Teppich. Das ist in der Tat recht einfach. Aber... ich weiß nicht. Soll ich es tatsächlich wagen? Komm schon. Wie so ein altes Ehepaar. Ja! Er entschuldigt sich für einen Haufen Sachen. Und... Was ist wirklich? Funktioniert es? Scheint es funktionieren. Was zum... Was ist... hier passiert? Ich weiß ja nicht, wie es vorher aus... war. Ach, Vieh. Das war jetzt nicht nötig. Überlebe den Fall. Kann man da sterben? Nordic Games presents a King Art Games production. Und alles geht kaputt. Book of Unwilden Tales 2. Mit einem Roboter. Mit einem Möchtegern-Wall-E. Willkommen, Abenteurer. Ich bin das Tutorial. Ja, du kommst du früh. Wächter über das Spielprinzip Erklärer der Steuerung. Klicke in die Szene, wo immer dir beliebt, um den Spielcharakter zu bewegen. Kommst du ja früh, Tutorial? Gut gemacht. Klickst du einen Gegenstand mit links an, so führt dein Spielcharakter eine kontextabhängige Aktion aus. Klicke mal den großen Hebel an. Den da? Kann ich das überspringen? Ich weiß ja, wie es geht. Ich habe ja den ersten Teil gespielt. Der Roboter hat den Hebel benutzt, da ihm das logisch erschien. Klicke den Hebel nun mit rechts an, damit der Roboter den Hebel betrachtet, anstatt ihn zu benutzen. Und so wie so, ich höre, Rancher funktionieren ja so gut wie alle gleich. Ausgezackt. Der Roboter meint, der Hebel sei intakt. Aber was ist dann defekt? Die Luke dort, klicke sie mit links an. Wie? Bip, tut tut. Der kleine Kerl meint, dahinter sei eine komplizierte Mechanik versteckt. Vielleicht liegt da das Problem. Klicke die Luke erneut mit links an. Klicke links, Der erste Links-Klick führte zu betrachten, der zweite zu benutzen. Warum? Weil nach dem Betrachten für den Spielcharakter das Benutzen zur sinnvollsten Aktion wurde. Ein einfaches Prinzip. Klicke rechts, wenn du etwas betrachten möchtest. Klicke links, um zu tun, was der Spielcharakter gerade für sinnvoll hält. Okay. Ob die Maschine jetzt wieder läuft, klicke den Hebel mit links an. Achso, okay. Es geht weiter mit dem Intro. Und kaputt. Ein neues Problem, wie es scheint. Untersuche mal das Getriebe. Okay, irgendwie ist das cool gemacht, aber irgendwie halt auch scheiße. Wenn das so unterbrochen wird und du jetzt hier irgendwas kontextloses machen musst. Ups, das war wenig hilfreich. Sammle bitte beide Zahnräder ein. Ich habe doch gerade mit Nate quasi schon alles einmal gemacht. Hätten sie das mit Nate kombinieren können. statt hier jetzt den Robby. Aufgenommene Gegenstände landen im Inventar. Dein Inventar öffnest und schließt du, indem du rechts unten auf den Rucksack klickst. Um einen Gegenstand aus dem Inventar zu benutzen, klicke ihn mit links an und benutze eines der Zahnräder aus dem Inventar. Hervorragend. Jetzt noch das zweite Zahnrad. Warte jetzt nicht, bis der mal fertig ist. Öle das Getriebe lieber noch, bevor du die Maschine wieder das sollte reichen. Schmeiß die Maschine an. So, was kommt jetzt noch? Muss ich noch irgendwas lernen? Ah, bitte lügt. Robby, was machst du da? Man kann Gegenstände im Inventar näher untersuchen. Sammle die kaputte Figur und die Werkzeugkiste ein. Dann klicke die Werkzeugkiste im Inventar mit rechts an, um sie zu untersuchen. Wunderbar, du hast ein paar Gegenstände in der Werkzeugkiste gefunden. Du kannst Gegenstände im Inventar miteinander benutzen, indem du zunächst den ersten Gegenstand mit links anklickst und dann mit die... Versuche die Figur im Inventar zu reparieren. Hier, Klebewort. Sehr gut. Nun stelle die Figur wieder auf ihren angestammten Platz auf dem Balkon des Schlosses und starte die Maschine. Was sieht aus? Wahrscheinlich Gnom-Technologie. Funktioniert nicht. Oder war das Kobold? Ja. Achso, starten. Ja, stimmt. Ausgezeichnet. Du bist bereit. Bevor ich dich jetzt verlasse, ein viel Glück bei deinen Abenteuern in The Book of Unwritten Tales 2. Ende des Tutorials. Ich mache mir Sorgen um dich. Oh, Mama. Was ist mit dir? Es ist alles in Ordnung. Nein, du siehst auch gar nicht gut aus. Ivo hat er richtige Klamotten an. Dick geradezu. Das ist gemein. Einer Elfenprinzessin steht es nicht zu, sich Forstspeck anzufangen. Die ist nicht dick. Wenn du so weitermachst, wirst du nicht mehr in das Hochzeitskleid passen. Oh Gott, was für eine Hochzeit. Ich habe auch nicht vor, in nächster Zeit zu heiraten. Ach, Schätzchen, das hatten wir doch schon. Prinz Lallios wird nächste Woche eintreffen. Du wirst ihn mögen. Ja, das sagen Eltern immer. Er ist charmant. Und sieh mal, er hat ein Bild von sich und seiner Schwester geschickt. Wer von beiden ist die Schwester? Der Elfenadel hat nun mal keine unrasierten Primitivlinge zu bieten. Damit musst du dich abfinden. Ich habe nicht das geringste Interesse an diesem Menschen. Nicht mehr. Du bist hier im Herzen des Elfenreichs. Im Schoß deiner Familie, wo du hingehörst. Niemand sollte hier traurig, erschöpft oder dick sein. Die ist nicht dick. Ich will doch nur dein Bestes, Ivo. Okay, die Mutter kann ich schon mal so gar nicht ab. Cheep, Cheep ist auch wieder da. Sie hat mich eingeschlossen. Hast du diesen Prinzen Lallala gesehen? Ich fühle mich tatsächlich nicht gut, Cheep. Erstmal, ich finde das voll süß, dass hier ein Bild von Wilbur, die Bieste, wahrscheinlich ist da hinten ein Bild von Nate. Offenbar lief dann tatsächlich noch was zwischen Ivo und Nate. Im ersten Teil hat ja Nate sehr gerne mit Ivo geflirtet, aber Ivo hatte da irgendwie keinen Bock drauf und jetzt irgendwie doch. Mal gucken, was da noch kommt. Ich mag das Outfit viel mehr als das aus dem ersten Teil, weil das aus dem ersten Teil war ja nur eine knappe Hose und ein noch knapperes Oberteil und halt die Stiefel dazu. Das Kleid ist voll schön. Und ja, die Mutter ist ja mal klischeehaft, ne? Man muss ja die Tochter so schnell wie möglich verheiraten, bevor die jugendliche Schönheit noch vergeht, ne? Die ist nicht dick. Ivo ist nicht dick. Ivo ist vieles, aber nicht dick. Ähm. Okay. Und unrasierte Primitivlinge, manche stehen halt auf Bärte. Ja, hast du Prinzen Lallala gesehen? Hast du diesen Prinzen gesehen? Ein Flusself, der aussieht, als würde er sich den ganzen Tag die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Wieso ist der fett? Ich will das Foto sehen. Hunderte Jahre soll ich mit jemandem an meiner Seite verbringen, den ich nicht liebe? Ohne mich. Das juckt dem Adel halt keinen, ne? Und ob. Sie wird nichts unversucht lassen. Ihr ist doch nichts wichtiger, als mich endlich unter die Haube zu bekommen. Puh. Es ist keine rangierte Ehe, verstehe ich das richtig? Sondern sie will die beiden halt verkuppeln und wird da vielleicht auch zum einen oder anderen Trick rein. Ich will alle selber entscheiden. Als ich da draußen bei den Menschen war, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, selber über mein Schicksal bestimmen zu können. Ja, es war gefährlich, aber gehört das nicht dazu? Ein Leben ganz ohne Risiko, das ist so, so... Langweilig? Du verstehst das nicht. Wenn ich könnte, würde ich sofort wieder losziehen. Du willst mich aufhalten? So wie beim letzten Mal? Ach ja. Cheep, Cheep, der kleine Moralapostel. Und dass ich hier eingeschlossen werde, findest du wohl auch angebracht, was? Ja. Nur mein Bestes. Das sagt sie immer. Ja, Eltern projizieren gerne das, was ihnen wichtig ist, darauf, dass das auch das Beste fürs Kind ist. Das ist halt... Das ist heutzutage immer noch so. Wie war das? Eltern projizieren gerne die Ziele, die sie im Leben hatten, aber nicht erreicht haben, auf die Kinder. Dadurch entsteht das manchmal, dass die unbedingt wollen, dass das Kind Arzt oder Anwalt wird. Das ist gar nicht so wirklich, weil, ja, dann hast du es gut im Leben, sondern, ja, ich hab das nicht geschafft, jetzt sollst du das machen, so nach dem Motto. Kommt nicht immer vor, versteht mich da nicht falsch, aber das ist ziemlich weit verbreitet. Ich wollte es Mutter nicht sagen, aber ich fühle mich in letzter Zeit tatsächlich nicht gut, Cheep. Liebeskummer? Das hätte ich auch gesagt, aber Elfen werden fast nie krank. Fast. Da ist was dran. Ich war fast ein Jahr in der Welt der Menschen und viele von ihnen haben eine seltsame Vorstellung von körperlicher Hygiene. Jetzt sind wir wieder schuld. Naja, ich dachte, vielleicht ist es ein Fluch? Du hast Liebeskummer. Nein, das wirst du nicht. Ich kümmere mich selber darum. Mutter würde eine Staatsaffäre daraus machen. Ich weiß auch nicht. Es gibt bestimmt ein Medizinbuch unten in der Bibliothek. Ruhe ist nicht, was ich jetzt brauche. Doch. Ich werde nach unten in die Bibliothek gehen und nachschlagen, was mir fehlt. Ganz allein, wie eine erwachsene Elfe. Ich lasse mich nicht aufhalten, weder von verschlossenen Türen noch von dir. Jetzt ist er wieder eingeschnappt. Naja, komm. Die gucken mich dann immer so an. Die Trennungen sind halt scheiße Ivo. Für beide Seiten meistens. Vielleicht vermischt du Nate doch ein bisschen. Kann das sein? Kommt da wahrscheinlich raus, so im Buch, dann so gebrochenes Herz oder so. Ich habe in letzter Zeit schlecht geschlafen und fühle mich manchmal den ganzen Tag schlapp. Ich war noch nie krank, aber irgendetwas stimmt nicht. Hoffentlich finde ich in der Bibliothek Antworten auf meine Fragen. Ich bleibe bei Liebeskummer. Das sieht aus wie ein Aschenbecher. Normalerweise befinden sich immer Früchte und Nüsse in dieser Schale. Vermutlich ist Mutter der Meinung, dass ich selbst auf diese Dinge verzichten sollte, solange ich in ihren Augen geradezu dick bin. Ja, schön. So entstehen Essstörungen. Wäre vielleicht aber auch ein bisschen scheiße Elf und Mensch, weil wenn sie Hunderte von Jahren noch zu leben hat, ein Mensch hat die garantiert nicht. Frisches Wasser aus dem Quellbach, dem kleinen Gewässer, das hier im Schloss entspringt und das ganze Tal versorgt. Leute kommen von weit her, um es zu trinken. Kann ich das mitnehmen? Nein, ich habe keinen Durst. Okay, ich dachte, sie kann es vielleicht mitnehmen. Eine schöne rote Blume. Sie steht erst seit ein paar Tagen hier. Manchmal lässt Mutter mir eine neue Pflanze ins Zimmer stellen, die sie besonders schön oder interessant findet. Früher oder später wird sie dann ausgetauscht und bekommt einen Platz unten im Garten. Na, immerhin. Hier kann ich raus. Ein Wächter mit Schild und Speer, wie jede Elfenfigur von makelloser Qualität. Ich habe diese Spieluhr vor Jahren von einem Gesandten aus dem fernen Osten erhalten. Ihre Musik habe ich immer im Ohr, egal wo auf der Welt ich mich befinde. Ich finde nur, ihr Gesicht sieht ein bisschen komisch aus. Ich öffne die Spieluhr. Ja, rück dir dein Dekolleté erst mal zurecht, Ivo. Vielleicht ist Ivo ja schwanger. Die Spieluhr schließt sich... Ja, okay. Die Zeit mit den anderen hier im Elfenhain war die schönste, die ich jemals hatte. Das Vieh wollte nie stillhalten, als ich es gemalt habe. Es hat immer Grimassen gezogen und versucht, mich zum Lachen zu bringen. Da ist Wilbur. Wilbur war so aufgeregt. Er mag Elfen und unsere Geschichten. Er mag doch alle Geschichten. Er sah stundenlang bei meinem Vater und hat zugehört, wie er von vergangenen Zeitaltern erzählte. Und da ist Nate, habe ich mir doch gedacht. Verdammter Idiot. Verdammter Idiot. Da sehen sie noch aus wie im ersten Teil auf den Bildern. Weiß ja nicht, wie weit Ivo und Nate gegangen sind. Vielleicht hat sie auch keine Liebeskummer. Vielleicht ist sie nicht schwanger und fühlt sich deswegen nicht so gut. In den paar Wochen, in denen wir alle zusammen hier im Elfenhain gelebt haben, hatte ich Geburtstag. Happy Birthday to you. Für Wilbur war das eine große Sache. Er konnte nicht verstehen, dass man Geburtstagen nach ein paar hundert Jahren keine allzu große Bedeutung mehr beimisst. Er hat darauf bestanden, mir ein Geschenk zu machen. Tagelang saß er mit seinen knubbeligen Fingern in einer Ecke und hat mir diese Mütze gestrickt. Das ist süß. Was machst du da eigentlich, Cheep Cheep? Cheep Cheep betrachtet gerne sein eigenes Spiegelbild. Er wirft sich in Pose und versucht sich selber zu imponieren. Meistens funktioniert es. Mein Schmuckkästchen dient als Podest für den zu kurz geratenen Narzissten da drauf. Das hat er gehört. Cheep Cheep hat unser Abenteuer damals gut überstanden, auch wenn er selber das Gegenteil behauptet. Er hat monatelang jedem erzählt, wie er gerade noch mit heilen Federn davon gekommen sei, als er mich gegen alle Übel der Welt verteidigte. Ach so. Ich kann mit ihm reden, auf jeden Fall. Kann ich das aufmachen, während er da drauf sitzt? Könntest du bitte einmal Platz machen? Offenbar nicht. Aber ich will an mein Schmuckkästchen. Okay. Ach. Seitdem er wegen mir fast von Feuerbällen gebraten, von Schwertern geköpft und von Monstern gefressen wurde, lässt er sich nichts mehr sagen. Mutter hat ihm erlaubt, meine Befehle zu missachten, sofern sie ihren Wünschen zuwiderlaufen. Er interpretiert dieses Recht sehr großzügig. Ja, man merkt's. Scheuch ihn doch einfach weg. Mutter hat mich eingesperrt, als sei ich 200. Seit ich mich letztes Jahr heimlich aus dem Elfenhain geschlichen habe, überwacht sie mich schlimmer als je zuvor. Alles klar. 200 ist also noch Kind für Elfen. Hey, Cheep! Hier scheint dein Spiegel mir zu gefallen. Die meisten Vögel lieben Spiegel, weil sie glauben, darin einen anderen Vogel zu sehen. Du kannst einfach nur nicht genug von dir selbst bekommen, oder? Ich wäre weniger unausstehlich, wenn ich hier nicht eingesperrt wäre. Verständlich. Bis später. Okay. Dann gehen wir... Ja, natürlich bleibe ich brav hier im Zimmer. Dann gehen wir mal raus auf den Balkon. Ach, schön! Wir haben viel exotischere Pflanzen hier im Palast, aber Sonnenblumen gehören zu meinen Lieblingen. Nimm Arme! Damit kann ich ihn auch bestimmt bestechen. Verzeih, ich brauche einige deiner Kerne. Kann ich noch was angucken? Klettere hinab in den Garten. Trachte das Fernsehen. Da habe ich tagelang hinaus auf die Wälder geschaut und mir vorgestellt, wie die Welt dahinter ist. Heute weiß ich es und ich glaube, ich vermisse sie. Ich interpretiere hier auch schon so einen Haufen Reihen, was hier passieren könnte. Kann ich das echt? Es ziemt sich zwar nicht für eine Prinzessin, aber ich bin schon mehr als einmal über den Balkon hinunter in den Garten geklettert. Okay, das lässt ja nicht zu. Mache nur etwas Frühsport. Das wollte ich gar nicht. Okay, wir müssen ihn also doch wirklich weglocken. Natürlich könnte ich ihn einfach ignorieren und trotzdem in den Garten hinabsteigen. Wurste aber nicht machen. Aber dann würde er schnurstracks zu Mutter fliegen und mich verpetzen. Und wer weiß, was die beiden sich dann einfallen lassen. Seit Nate wortlos abgereist ist, wittert Mutter ihre Chance, mich mit einem anständigen Elfenprinzen zu verheiraten. Ich habe bisher jeden Kandidaten erfolgreich vergrault, aber langsam verliert sie die Geduld. Ohne Worte. Was ist denn da passiert? Königlicher Beamter? Königlicher Beamter? Sonnenblumenkerne? Hm, dann eben nicht. Verdammt. Ich will an das Schmuckkästchen. Ach, den Spiegel kann ich auch nehmen. Dann betrachtet er sich zumindest nicht mehr. Weg ist es. Ich sah ihn geschnappt. Machs Schmuckkästchen auf. Perlen, Edelsteine, glitzernde Ohrringe und Ketten. All der Kram, den ich zu offiziellen Anlässen anlegen muss. Ginge es nach Mutter, hätte ich kistenweise solches Zeug und ein halber Flügel des Schlosses wäre mit meinen Kleidern gefüllt. Sie kann überhaupt nicht verstehen, dass Papa und ich uns nichts aus diesen Dingen machen. Willst du dir da nichts rausnehmen, ne? Perlen, Edel, ich wüsste... Okay. Quatsch nochmal mit Cheep Cheep. Hey Cheep! Ich hab den Spiegel rück ihn nur raus, wenn du mir eingewallen tschließt. Na, vermisst du deinen Spiegel? Früher oder später hältst du es nicht mehr aus. Ich bin nicht grausam. Ich will nur nicht wie ein Kind in meinem Zimmer eingesperrt sein. Bis später. Ja, natürlich bleibe ich brav hier im Zimmer. Wenn ich jetzt nochmal versuche, runterzuklettern... In Ordnung, er schaut nicht her. Willst du vielleicht mit mir? Ich dachte, vielleicht kann ich ihm jetzt den Spiegel anbieten. Keine Chance. Es ist ein altes Spiel. Ich verstecke seinen Spiegel. Ja, und wie lange muss ich warten, bis es ihm zu viel wird? Ich wüsste... Die Tür ist ver... Ja, okay. Als Nate und die anderen hier gewohnt haben, hat Nate des öfteren Andeutungen gemacht, die mit dem Bett zu tun hatten. Ich weiß nicht wieso, aber ich weiß, dass Mutter das gar nicht gefiel und sie ihm ein bewachtes Gästezimmer am anderen Ende des Schlosses zuwies. Und Cheep Cheep erhielt den Auftrag, mir nicht von der Seite zu weichen. Na, wir wissen doch alle, was Nate vorhatte. Wilbur wusste nicht, dass der Herbst in meiner Welt noch Jahre dauern würde und Elfen nicht frieren. Aber Mutter betrachtete die Mütze mit so viel Abscheu, dass ich sie tagelang nicht mehr abnahm. Wilbur strahlte vor Glück. Kann ich die nicht mitnehmen? Ich könnte alles mögliche in die Schale in dem ich als Kind Bogenschießen gelernt habe. Okay, dann kann ich die Möglichkeit der Schwangerschaft wahrscheinlich schon mal streichen, wenn sie so gut drauf aufgepasst haben, dass Ivo und Nate hier keine Zeit zusammen im Bett verbringen. Ja, kann ich dann... Ist da nichts drin? Die Spieluhr... Okay. Elfenkünstler haben Jahrhunderte ihre künstlerischen Fähigkeiten zu perfektionieren. Nur, wenn alles immer perfekt ist, ist da nicht auch immer alles gleich und irgendwie... Egal? Langweilig vor allem. Ein Wächter mit Schild und Speer. Ja, okay. Äh... Also, ich hab schon recht. Sie will schieb, schieb mit dem Spiegel gespringen. Ich habe in der Welt da draußen viel Leid, viel Böses, viel Missgunst gesehen. Aber es war aufregend. Es war lebendig. Hier im Elfenhain ist alles so geordnet, so perfekt. Jeder Tag ist wie der Vorherige und sie ziehen sich endlos hin. Man kann durch das Fernrohr fast den Waldrand sehen. Aber ich kann den Elfenhain nicht einfach verlassen. Mutter würde mir das nicht verzeihen. Und es lauern viele Gefahren dort draußen. Mein Gott, wir sind im ersten Level und ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich hin muss. Die Pflanze würde es wohl überstehen. Die Pflanze würde... Okay. Es ist zwar mein Spiegel, aber Cheep Cheep dürfte ihn mehr vermissen als ich, wenn ich ihn nicht wieder irgendwo hinstelle. Hm. Kann ich ihn vielleicht doch einfach irgendwo hinstellen? Ha! Dass er wegguckt. Hey! Entzugserscheinungen? Ein zufriedener, dicker, blauer Vogel und sein Spiegelbild. Cheep, cheep ist bisschen dicker. Komm schon jetzt. Jetzt komme ich doch runter. vielleicht ist es ein sechster Sinn oder es ist Magie oder er kennt mich einfach nach all den Jahren zu gut. Nicht so lange... Ja, aber hä? Ich weiß nicht wie, aber er scheint zu spüren, sobald ich mich über Mutters Willen hinweg setze. Vielleicht ist es ein sechster Sinn. Ach so! Ich muss mal kurz an die Spieluhr. Du musst nicht einmal den Blick von deinem hübschen Antlitz wenden. Na los! Ach so, wenn er dann drauf sitzt... Wirklich? Da ist er wirklich drauf reingefallen. Und er schläft. Er... Er ist eingeschlafen. Es ist dunkle Schlafzeit. Es wurde dunkel und er ist einfach... Egal. Ich habe erst einmal Ruhe vor ihm. Jetzt aber raus.